In einem alten Kirchturm, da lebte ganz oben ein kleines Gespenst. Und wenn ich sage, es war klein, dann meine ich es auch so. Es war so klein, dass ein Kaffeepott sein Bettchen war. Es hieß Czokapoca und war ein erfahrenes und altes Gespenst, das jeden noch so tapferen Mann so sehr erschrecken konnte, dass er ganz blass wurde. Das kleine Gespenst liebte seinen Turm, in dem es lebte. Es war ein alter, gotischer Turm. Kleine Spitzbogenfenster ließen ein wenig Licht hinein und 50 Stufen führten zur Spitze hinauf. Und da spukte es jede Nacht pünktlich um 12 Uhr. Hui, hu hu, hui, 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 das macht Spaß, ein Gespenst zu sein. So sang es immer wieder vor sich hin. Und wirklich, es war ein glückliches Gespenst. Doch einmal, da geschah etwas ganz Furchtbares. Czokapoca ahnte nichts Schlimmes und wollte wie jede Nacht in seinem Turm auf- und abschweben, als plötzlich ein riesengroßes Gespenst auftauchte. Konnte Czokapoca schon gruselig sein, so habt ihr keine Vorstellung, wie furchterregend dieses fremde Gespenst war. Es hatte rote Augen und glibberige, weiße Hände, mit denen es nach einem greifen konnte. Es hatte eine alte, rostige Kette um den Bauch gebunden, in der auch ein blinkender Säbel steckte. Es erschreckte das kleine Gespenst nicht nur bis in die Knochen, nein, es vertrieb Czokapoca sogar von seinem geliebten Turm. Sch, verschwinde hier! Hier gefällt es mir, und der Turm gehört von nun an mir. Sch. Tzokapoca blieb nichts anderes übrig, als Hals über Kopf zu fliehen. Nicht einmal seinen Kaffeepott konnte er mitnehmen. Oh, das war für das kleine Gespenst schlimm. Traurig schwebte er unten in der Kirche umher. Er besah sich Figuren und Gemälde und schwebte dann gedankenverloren die Stufen zum Keller der Kirche hinunter. Hu, 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 ich muss doch irgendwie meinen Turm, mein Zuhause zurückerobern können, dachte es. Eine alte, eisenbeschlagene Tür versperrte ihm den Weg. Aber das war kein Problem für ein Gespenst. Czokapoca schlüpfte hindurch und fand sich in einem riesigen, unterirdischen Raum. Große, steinerne Figuren standen an den Wänden, und ganz vorne saß die größte Figur auf einem steinernen Thron. Der unterirdische Raum war das Grab einer Königin, und in der Hand hielt sie einen roten, großen Stein, worauf mit silberner Schrift geschrieben stand, Glücksstein. Und da fiel es Czokapoca ein, dass er schon einmal davon gehört hatte. Dieser Glückstein war seit Jahrhunderten vermisst, und es hieß, wer den Glückstein findet, hat drei Wünsche frei. Ui, und ich hab ihn gefunden, wie wunderbar, den kann ich gut gebrauchen, rief Czokapoca. Und da pfiff er mit den Fingern, und sofort kam sein bester Freund Kasper, ein fliegender Kater, herbeigeflogen. Er hatte einen schwarzen Pelz und schwarze Flügel, und man konnte ihn in dem schummrigen Raum kaum sehen. Czokapoca war froh, nun nicht mehr allein zu sein. Doch als das Gespenst seinem Freund gerade alles erklären wollte, da hörten sie plötzlich ein Knorren, ein Scharren, und eine tiefe Stimme sagte, Wage es nicht, den Glückstein von hier vorzunehmen. Der Stein gehört hierher, ich bewache ihn. Dschokapoca drehte sich vorsichtig um, und da, da stand vor ihm ein Riesenhund. Er war fünf Meter hoch, seine Ohren stießen an die Decke, er hatte grüne Augen, und das kleine Gespenst funkelte er böse an und wiederholte, Wage es nicht, den Glückstein von hier vorzutragen. Ich bewache ihn, und er gehört hierher. Czokapoca erschrak fürchterlich. Er wusste zuerst gar nicht, was er tun sollte, doch dann hatte er eine Idee und sagte, Huuu, hör mal, hör mal, du Ungeheuer, ich will doch nur meinen Turm und meinen Kaffeepott wiederhaben. Ein böses, riesengroßes Gespenst hat mich vertrieben. Ich brauche dringend Hilfe. Wenn du mir hilfst, das Gespenst zu vertreiben, dann brauche ich den Stein ja gar nicht und lasse ihn hier bei dir. Der Riesenhund überlegte lange und meinte dann, Na gut, so machen wir's. Um Mitternacht schlichen Czokapoca, der Kater und der Riesenhund zum Turm hinauf. Nur ein paar Mondstrahlen schienen durch das kleine Spitzbogenfenster und da sahen sie das Gespenst liegen. Es schlief tief und fest. Jui, 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 was für ein faules und arrogantes Gespenst, empörte sich Czokapoca und schüttelte den Kopf. Wie kann es nur zur Geisterstunde schlafen? Sie schlichen sich noch näher heran und wie sie ganz nahe bei dem Gespenst waren, da fingen sie an, den schrecklichsten Lärm zu machen, den man sich nur irgendwie denken konnte. Sie machten fürchterliche Grimassen, funkelten gruselig mit den Augen, der Riesenhund bellte tief und laut, die Katze miaute und jaulte und Czokapoca heulte mit schaurigen Gespenstertönen. Mit einem Satz sprang das Gespenst auf. Ach, um Himmels Willen, was ist das für eine Schreckensnacht? Keine Sekunde bleibe ich mehr in diesem alten, schrecklichen Turm. Und mit diesen Worten flog es zum Fenster hinaus und ward nie mehr gesehen. Die Freunde aber lachten laut. Sie blieben in dieser Nacht noch lange auf und Czokapoca bedankte sich sehr bei seinen Freunden. Als wieder Ruhe eingekehrt war und die ersten Morgen Sonnenstrahlen durch die kleinen Fenster blitzten, legte sich das Gespenst in seinen gemütlichen, kleinen Kaffeepott und schlief glücklich bis zur nächsten Nacht. Sehr gut. shocking